Musik 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 Also wenn ich mich der Lebendigkeit und der Vielstimmigkeit des Jazz versichern will, dann bin ich immer jedes Jahr in Bremen goldrichtig. Es ist eigentlich eines der zwei Punkte, an denen man jedes Jahr geht. Es gibt Winter Jazz in New York und es gibt Jazz in Bremen. Es ist ein großer Supermarkt, wo alles, was man braucht, findet man. Und man kann vieles guter Musik hören. Man kann Freunde treffen. Und ich bin sehr froh, dass ich hier jeden Jahr gehe. Jazz Ahead! Jaaa! Wir sind alle hier für die gleiche Sache. Musik. Great Musik. Musik. Und ja, es ist ein wirklich tolles Ort, wo ich mich sehr interessiert habe. Ich bin sehr froh. Jazz. Jazz ist ein Spirit. Musik. Jazz. Jazz Ahead! Jaaaa. Jazz Ahead! Jazz Ahead! Wuhu! Musik. Musik. Ja, so viele verschiedene, auch Art von Menschen. Also das ist cool zu sehen, vor allen Dingen in unserem Alter so. Weil das Jazz ist in unserem Alter gar nichts vertreten. Aber wenn man das cool findet, dass man echt einen ganz anderen Eindruck bekommt. bekommen.